Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von The Able Within. So, ja, wir haben unseren Partner gefunden, den Joseph, und ja, wollen hier raus. Nach wie vor. So. Ich glaub, das war jetzt nicht die beste Idee. Ja, war klar. War klar. Ja, ähm... Ja, ich hab wieder keine Munition. Ich hab's gewusst, dass die Krüppeln aufstehen. Ich hab's gewusst. Mist. Au. Da hätten wir was Tolles gehabt. Ne, das musst du auch wissen, ne? So was muss man wissen. Und ich hab's wieder einmal nicht gewusst. Verdammt. Egal. Was soll's. Ich wollte eigentlich Munition sparen. Was haben wir denn hier? Ja. Ne Spritze. Ich glaub, ne? Passt, dann können wir eine nehmen. Was wir auch gleich tun werden. Ähm, einmal Spritze, bitte. Ja. Sehr gut. Dann nehmen wir die gleich mit. So. Ah, geh, komm. Der Fuss. Wie schaut der Fuss aus? Äh, naja. Super. Yeah. Pistolen, Munition. Drei Stück, wenigstens. Ähm, da hätten wir auch was, glaub ich. Ein Bolton. Noch was? Noch was? Noch was? Mehr? Nichts mehr? Schade. Leider keine Streichhölzer. Naja. Besser das als nix. Ähm, Pistole. Genau. Da laden wir gleich noch. So. Zack, zack. Drei Stück nur. Unser Partner muss halt ein bisschen Gas geben. Wie geht's dir eigentlich, Freund? Ich glaub, gut. Ist hier was Besonderes an Infos? Nein, nix. Passt, dann gehen wir runter hier. Vielleicht können wir das Fassel hier mitnehmen. Okay, weiter geht's, Gavinat. Können wir nur in die Ecke treten. Oh, da blinkt was. Hä? Was ist denn das? Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Aha. Wollen wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Super, dann geht da einer noch, oder was? Schön. Supi. Schön gemacht. Ich mag unseren Partner. Der ist cool. Okay. Aha, geht's rum. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Ah! Na, 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 na. Na, bitte nicht. Es war zum Befürchten. Joseph, nachdem was mit Connolly passiert ist. Ich, ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay. Lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Nicht gut. Hoffentlich können wir ihn heilen. Mir geht's gut. Keine Sorge. Ja, das sehe ich. Dass es dir gut geht, sieht man auf den ersten Blick. Kein Problem. Alles fein. Ach, du Heilige. Alles fein. So. Okay. Ein Safe-Raum wäre jetzt mal angebracht. Oh, Streichhölzer. Uhu. Na, du sollst den Kasten schlagen. Ja, fein hast du das gemacht. Sehr gut. Super. Dann haben wir hier noch was. Oh, Safe-Raum. Safe-Raum. Wir müssen weiter. Safe-Raum. Was? Da ist nix. Sonst nix. Nix. Da kam man jetzt schon. Nix. Sauerei. Aber wir gehen speiern. Oh, Caramba. Servus. Was gewusst? Na, das nicht. Aber ich hoffe, dass da noch Munition drin ist. Wo man diese Schlüssel anfindet, habe ich keinen Schimmer. Aha, die sind einmal... Wenn sie verbraucht sind, sind sie verbraucht, die Munition. Okay. Schade. Schade. Bestimmte sind in jedem Kapitel irgendwo so ein komischer Schlüssel versteckt. Welp. Naja, was soll man machen? Dann halt nicht. Ich hatte gehofft, dass sich das immer auffrischt. Das wäre cool gewesen. Man kann eh immer nur begrenzt die Stückzahl tragen, ne? Also... Gut, dann würde ich sagen, wir gehen lernen. Da ist eh nix. So, wir gehen lernen. So. Ach, mein kleiner Finger sagt auch schon Danke. Genug für heute. Boah. Vom Schleichen immer. So. Okay. Ähm. Hm. Was könnte man machen? Speziell bei der Waffe ist Magazinkapazität, Schaden, Feuerrate, Crit, Qualbolzen, Explosivbolzen, Blendbolzen, Harbunenbolzen. Und jetzt? Also, ich würde es nicht machen. So. Schaden nimmt mit der Entfernung zur Explosion ab. Mhm. Jetzt habe ich so viel... So viel grünes Gel, dass ich jetzt gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich meine, die Schrot wäre schon schön, wenn sie sich schneller nachladen würde. Das können wir mal machen. Wie viel kostet die Kapazität? Zu viel. Crit. Crit könnte man auch eventuell mal uns anschauen. Das wäre auch nicht so teuer. Können wir sagen. Okay. Mal das Billigste zuerst, ne? Da von mir aus noch die Crit. So. Jetzt haben wir noch 3000. Was würde sich denn noch? Spritzen zum Beispiel wäre keine schlechte Idee. Mehr Spritzen, mehr Streichhölzer. Um wie viel? Zwei Stück mehr. 500 würde das noch kosten. Okay, machen wir. Plus 5. Schrot wäre auch cool. Aber eine Spritze mehr könnten wir mitführen. Das wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir das. Alles klar. So. Passt. Oh. Hoppala. So. Lass es wieder aufstehen. Sehr brav. Wir gehen speichern. Und dann kämpfen wir uns weiter durch. Tap, 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 tap. So. Servus, Gnädigste. Einmal speichern bitte. So. Fein. Sehr gut. So. Gibt es da irgendwas Neues? Zeitung. Ich glaube, hier ist eine, ne? Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spitze des Eisberges. Dass Patienten der Bacon Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Ja, ja. Schöne Aussichten. Hier ist wieder mal nix. Nein. Okay. Ich speichere das nochmal drauf. Da nochmal. So. Passt. Ja. Ich bitte darum. Na. So. Ja. Gut. Dann kämpfen wir uns weiter, ne? Dann kämpfen wir weiter. Ja. Da sind wir wieder. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man speichern konnte. Dann hier lang. Okay. Okay. Wir müssen dir helfen. Holt mich aus diesem Ding raus. Oh mein Gott. Halt mich aus. Ah. Joseph. Bei dir alles gut? Ja. Mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Ja. Ich sollte lieber runterkommen. Warte. Ähm. Ich komme. So. So. Hat das was gebracht? Ja. Ich versuche schon mal Bestes. Alter. Alter. Mir geht's schon mal die Bufen, ne? Also die Bumpen. Ähm. Kann man denn abheizen? Kann man denn abheizen? Abheizen. Wow. Wow. Wie viele von den Dinger sind das? Wow. Alter. So. Spritze. Halschie gemerkt. So. Einmal Spritze. Du kannst aber ruhig laufen. Oh. Oh. Wartner fast erschossen. Abheizen. Ich kann nicht durch. Ich hab gehofft, dass ich mit abheizen. Geht noch was? Wow. Munition alle. Macke, komm. Hm. Klumpert. Alter. Nichts getroffen. Gar nichts getroffen. Wow. Okay. Ich bin hin. Ich glaube, ich bin sowas von tot. Du blödes Sauwarm. Jetzt bin ich hin, ne? Ja, klar. Okay. Wir hatten gespeichert. Da unten gibt's genug Munition. Hab ich schon gesehen. Boah. Okay. Schön. Nochmal. Ist machbar. Ist machbar. Mit ein bisschen Geduld. Klimmer schon hin. So. Aber das Spektakel, das... Hier werden wir jetzt mal überspringen, wenn's möglich ist. Geht das? Na, noch nicht. Geil, kann man's glaube ich überspringen jetzt auch. Boom. So. Bei dir alles gut? Ja. Natürlich. Du solltest lieber runterkommen. Warte. Ich komme. So. Ich schaff's dir nicht allein. So. Dann unser Puffen. Mal schauen, ob's hier oben Munition gibt. So. Wow. Ich wollte grad schießen. Komm schon. Das ist echt ein bisschen doof gemacht, muss ich echt sagen, dass die Steuerung da mit Leertast und so ist nicht so prickelt. Was? Warum denn schon wieder? Das ist halt richtig nervig. Das muss ich echt ankreiden. Ah, da. Sehr gut. Achtung, die haben Dylamid. Wer? Wie geht denn das? Kommt schon! Sebastian, sie sind über uns. Deckung, sie schießen. Ich bin hin? Deckung, sie schießen. Okay. Felder zu Boden, ja. Ich glaube, das wäre wieder was für den nächsten Part hier weiter zu machen. Ah, okay. Ich stecke irgendwie fest. Irgendwie das Einzige, was man hier gut kann, ist feststecken. Kannst du drüber hüpfen? Natürlich nicht. Ist ja nur ein Fenster. Ist ja nur ein Fensterle. Nur, das geht nicht. Das wird langsam hart. Wow! Wow! Mann, der mit seinem Scheiß nachladen. Das ist echt ärgerlich. Hä? 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 Wow, wieso hat er jetzt die scheiß Axt und nicht die Pistole? Haben wir jetzt da eigentlich was? Zwar Schuss. Hast du Verwandtszeug? Es kommen noch mehr. Spiel nicht den Helden. Zurück. Wow. Ähm, ich brauch Sachen. Ich brauch viele Sachen. Ich hab keine Ahnung was, aber puh. Ach, jetzt ist mir der wieder im Weg. Schockbolzen. Aha. Äh, ich hab jetzt nicht gelesen. Es tut mir leid. Ähm, ich muss da weg. Irgendwie. Der ist so schlecht. Die Ausdauer ist so zum Speiben. Echt. Unglaublich. Hallo. Lauf. Du Idiot. Jetzt erwischt die Tür wieder nicht. Ähm. Wo ist dieser Schock-Scheiß-Bolzen? Wieso hat er jetzt die Waffe? Ich werd jetzt wieder. Schockbolzen. Und das so klappt? Na, das hat nicht geklappt. Alter, ich werd deppert. So, wir haben nix, ne? Ich hab gar nix mehr. Na. Boah, ist das mega anstrengend. Ja, ja. Stich mich ab. Hast du recht. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich hätte ihn abheizen können. Ich Idiotin. Wieso ist das Licht an... Oh, Mann. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin soll. Was hat er denn jetzt nicht abgeheizt? Warum er immer... Er ist zu schlecht. Er ist so ein schlechter Kerl. Warum hat er denn jetzt nicht abgeheizt? Jetzt nicht, hör auf. Wie lange geht denn das jetzt noch? Habe ich noch eine Spritze? Gott sei Dank. Haben wir es jetzt geschafft? Leck mich am Arsch. Das solltest du dir mal ansehen. Klar, ich hol mir noch die Axt. Nein, bring sie nix. Der ist gleich wieder weg. Was ist da eigentlich von... Voll, voll, voll. Da hätten wir noch was. Streichholzer, passt. Was ist das? Nix. Ich muss schnell... Ich hoffe, ich habe noch Zeit. Ich muss schnell einsammeln, die Sachen. Nein, mach hin. So, was haben wir hier noch Schönes? Da ist nix mehr. Da kann man was kaputt hauen. So, habe ich jetzt alles. Da hinten vielleicht noch was. Tatsächlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, komm. Hier, nix. Ein Schrank, wo nix ist. Das ist das Allerbeste. Alter, ich habe Überlänge. Viel zu viel Überlänge. Ist mir zwar wurscht. Ich sammle da jetzt noch ein, was geht. Und im nächsten Bad helfen wir unserer Kollegin hier. Boah, ey. So, zusammenhauen. Da haben wir noch so ein grünes Dingens. So. Da war ich jetzt schon drin, ne? Einmal im Kreis gelaufen. Na, da war ich noch nicht drin. Gut, da ist gar nix. Na, schön. Puh, ihr Lieben. Da ist noch was zum Zusammenhauen. Da ist auch nix drin. Na gut, ihr Lieben. Ich glaube, das war es dann mal für heute. Puh. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.